Willkommen zurück zu Dynastimor S2. Es freut mich, dass ihr noch dran geblieben seid. In den letzten Vorlötspad haben wir ja schon bereits Schlachten nochmal gemacht. Hat sich nicht viel geändert, aber jetzt, genau jetzt, kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Jetzt gibt es nämlich eine neue Schlacht. Ne, die Schlacht von Chibi, die kommt nur in der Wei und Wu-Story vor. Eine brandneue Schlacht, die wir noch nicht gesehen haben. Hat sich das Warten gelohnt, würde ich sagen. Die schauen wir uns an, die legendäre Seeschlacht von Chibi. Die Schlacht bei Chibi, Winter 208 nach Christus. Wu wird sich meiner Macht unterwerfen müssen, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte. Meinst du das ernst? Nicht schlecht, die Sequenz. Joe Yu hat in seiner Hand das Feuerzeichen. Fire, das war das chinesische Zeichen für Feuer. Das weiß ich, denn beim Android-Spiel, da eines die Kingdoms, gibt es tatsächlich eine Gilde, die nennt sich Fire. Und da haben sie auch das Zeichen. Das hätte ich sogar gewusst, ohne dass der Untertitel da steht. Ähm. Was soll ich das Ganze? Cao Cao ist natürlich sehr siegesbewusst, weil seine Armada einfach gigantisch ist. Also, er ist absolut in der Übermacht. Wu wollte ich eigentlich schon aufgeben. Ne, ähm. Sun Quan hat eigentlich schon zu Cao Cao gesagt, ja, okay, ich ergebe mich dem Wei-Truppen. Ich kann nicht gegen euch gewinnen. Dann kam Zhu Gui Yang. Liu Bei hat erfolgreich die Flucht vor Cao Cao geschafft. Er kam wirklich zu Sun Quan und Zhu Gui Yang suchte sofort den Kontakt zu Zhou Yu. Er wollte unbedingt ein Bündnis mit Sun Quan gegen Wei machen. Aber Sun Quan war, wie gesagt, schon desillusioniert und wollte eigentlich schon aufgeben. Zhou Yu hat Zhu Gui Yang nicht wirklich getraut. Doch der Unterstratege, Liu Zhu, das war im Prinzip Zhou Yu's Gelehrter, der hat das auf jeden Fall bevorzugt. Also, das Bündnis mit Zhu Gui Yang und wollte auf jeden Fall den Schuh-Truppen noch nur eine Chance geben. Er sah es genauso wie Zhu Gui Yang, dass die Lage noch nicht verloren ist. Es ist jetzt auch so, dass wir tatsächlich trotz dieser gigantischen Armada schlagen können. Und letzten Endes konnten Liu Zhu und Zhu Gui Yang auch die anderen überzeugen und das Bündnis kann zustande. Und was sie hier abgespielt hat, war wirklich legendär. Da werde ich wahrscheinlich, ja, da werde ich auf jeden Fall in der Schlacht nochmal drauf eingehen. Doch, jetzt möchte ich erstmal gucken, was sie sich für ein Bullshit hier ausgedacht haben. Die Allianz hat den ehrgeizigen Dong Zhuo zerstört. Die Han-Dynastie muss jedoch machtlos zusehen, die einzelnen Fürsten von Eroberungen und Machträumen. Okay, das ist richtig. Der wichtigste dieser Adligen ist Cao Cao. Er hält den Kaiser in seinem Bann, besiegt Huan Chao und gewinnt dadurch Kontrolle über den größten Teil Nordhins. Genau, das habe ich dir schon mal erzählt. In Part 2, glaube ich, Li Zhuwei hat ja irgendwie nach Dong Zhuo's tote Kaiser zu sich gezogen und entführt. Und Cao Cao hat ihn gerettet und auf Raab von Xun Yu nach Xuchang zur Hauptstadt von Wei gebracht. Und seitdem war der Kaiser immer ein Cao Cao aus Gewalt. Im Jahr 208 beginnt Cao Cao seinen Südweltzug. Er erobert Jing ohne Probleme und zieht dann weiter gegen Yang, das Land und das Sun Qua. Ja, Jing Province, da war unter anderem auch Li Bi Yao. Der hat er dann zum, ja, zur Kapitulation gebracht. Liu Zong, beziehungsweise halt sein Sohn, ne. Er hat kapituliert und so konnte Cao Cao natürlich sein Territorium noch erweitern. Und auch Unteroffiziere von Li Bi Yao haben sich da auch noch Cao Cao angeschlossen, ne. Wie Zai Mao oder Wen Pin, ne, Wen Pin, Wen Pin heißt er. Wen Pin, genau. Sun verlässt sich auf seine marine Elite-Truppe, um die Invasion zurückzuweisen. Seine Truppen befinden sich jedoch scheinbar hoffnungslos in der Unterzahl. Genau, eins muss man zur Vertreihung sagen. Das sind die Gewässer von Chibi. Die Wu-Truppen kennen sich aus. Die Wu-Truppen haben Wassererfahrung. Und Wei halt nicht, weil sie aus den Ohren kommen. To you ist Befehlshaber der Verteidiger. Sieg oder Tod, der Kampf um Wut beginnt. Genau. Ja, okay, ist eigentlich nicht falsch. Diesmal ganz gut zusammengefasst. Finde ich schön. Gefällt mir. Ja, okay. Bedingungen für den Sieg natürlich, die Niederlage jetzt auch zu aus. Und wer da vor uns nicht sterben, ganz klar der Anführer dieser Allianz, Sun Quan. Der jüngste Sohn von Sun Jian, der jetzt schon zu diesem Zeitpunkt verstorben ist. Aber auch Sun Quans Bruder Sun Tzu ist schon verstorben. Okay, hier war Sun Quan. Sun Jou Yu bin ich. Ich hab nur zu Huan als Unteroffizier. Okay, Taishi Si macht da unten rum. Ist interessant, weil ich glaube, in Dice Wars 3 macht Taishi Si dann im, ähm, im Osten rum. Also genau in eine andere Richtung. Lu Meng ist dabei. Dan Ning ist dabei. Chang Poo. Uang Gai. Uang Gai, der macht hier einen Feuerangriff. Han Deng. Joutai. Okay. Schlachtanalyse bei den Gegnern. Zao Zao, Zao, Shao, Dung, Dian, Wei, Xuxu, Shao, Yuan, Zheng, Liao, mit Yu, Jin, ey. Zao Ren, Zao Hong, Li, Di, Zhang, He, Xuxu, Wang. Aber Xuxu, Wang ist ja noch nicht spielbar. Okay, ziemlich starke Offiziere. Ziemlich große Übermacht. So ist es. Damit sind wir durch. Und jetzt geht's auch los. Zur Schacht von TB kann ich euch gleich noch ein bisschen informieren. Ich weiß, da habe ich eigentlich schon gesagt, wie die zustande gekommen ist. Was sich da nur abgespielt hat. Und wieso diese Schlacht so legendär ist. Dazu komme ich gleich zu sprechen. Zhang Zha, Bezirk. Shibi. Oh, was denn das für Zeichen? Kann einer Chinesisch. Da kommen die Flotten von Zao Zao. Und das Schlachtfeld baut sich praktisch jetzt gerade erst auf. Da ist es. Riesenarmee von Zao Zao. Mega krass. Jetzt überlege ich, wo fange ich da an? Ja, ich helfe, glaube ich, Taishi Zee zuerst. Ja. Okay. Schlacht von Shibi. Wir müssen jetzt dann warten. Genau. Das ist eigentlich schon richtig, was er sagt. Was meint er damit? Wir müssen warten. Zhu Liang. Der einzige von Shu, der uns hier wirklich unterstützt. Der versucht, den Wind umzukehren. Also er möchte den Nord-Ost-Wind darauf beschwören. Das wäre in dem Fall vom Vorteil, weil der dann gegen die gegnerische Armada spielt, sag ich mal. Also er kommt dem Gegner nicht zugute. Vor allen Dingen plant Zhou Yu ja diesen Feuerangriff. Oh, schau du. Dann zeig mir mal, was du kannst. Zhou Yu plant ja einen Feuerangriff. Und die haben sich das so gedacht, dass Huanggai ein Strohboot losschickt. Also mit, wo er auch drauf ist. Logischerweise. Das steckt er dann im letzten Moment an. Und das Strohboot, ja, dockt dann praktisch an die gegnerische Armada und setzt die gesamte Armada in Flammen. Wenn der Nord-Ost-Wind da ist, dann durch den Wind verbreitet sich das Feuer dann im Nu. Wie kann es dann trotzdem von Schiff zu Schiff gehen? Das Feuer, fragt ihr euch bestimmt. Tja, Pangtong, ein Strategie von Shu, hat vorher sich den Way-Truppen ergeben, hat er zumindest gesagt. Und, naja, da hat er zu den Way-Truppen gesagt, ja, wir müssen die Boote alle aneinanderketten. Dann halten die besser zusammen und dann verlieren wir uns alle nicht. Und so hatten wir das erstmal geglaubt, ne? Konnte man ja jetzt auch nicht direkt irgendwie eine Intrige oder so feststellen. Boah, der macht viel Schaden. Aber der eigentliche Sinn war dahinter, dass Pangtong dann wieder zu uns überläuft, also zur Allianz. Ich hab mir dein Gesicht gemerkt. Und, naja, durch das Anketten kann sich halt das Feuer dann auch von Boot zu Boot verbreiten. Das ist der Sinn dahinter. Also er hat es eigentlich nur gegen Zau-Zau eingesetzt. Das Feuer. Damit das Feuer dann noch schneller sich ausbreiten kann. Das war die Kettenstrategie von Pangtong. Das findet man wirklich in der Geschichte als Kettenstrategie. Ansonsten, wie gesagt, der Feuerangriff geplant von Zhou Yu, ausgeführt von Huang Kai. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Julian bereitet jetzt diesen Nord-Ost-Wind vor. Am Altar und möchte jetzt diesen Wind umkehren. Das ist ziemlich krass, oder? Das hat Zhou Yu auch nach Schlacht zu Lu Zhu noch gesagt. Wer ist dieser Mann, wenn er den Wind beherrschen kann? Das ist wirklich heftig. Da sieht man mal, was das für ein großartiger Magier ist. Er verfügt über übernatürliche Kräfte, wenn er den Wind einfach mal ändern kann. Und das ist wirklich krass, so eine übernatürliche Macht auf seiner Seite zu haben. Ohne Zhu Liang, ohne Huang Kai und ohne die Pläne von Zhou Yu, wie wir vorhin eingemacht wurden, hätten die Alliierten das nicht schaffen können. Lass die Jagd beginnen! Also, das war wirklich eine grandiose Strategie, die man auch auf jeden Fall jetzt hier brauchte. Ansonsten wäre das sowas von in die Hose gegangen. Und apropos in die Hose gehen. Das könnte auch in die Hose gehen, dass ich hier so weit alleine rausgehe. Ganz im Ernst, ich muss die Schwäbe singen, damit die Moral für unsere Verbündung nicht sofort im Keller sinkt. Damit hier ein schnelles Vorankommen gewährleistet wird, weil ich möchte ja auch noch im Osten helfen. Aber ich möchte ja auch erstmal bleiben, aber jetzt möchte ich erstmal den Westen hier unterstützen. Und dann werde ich mich wirklich nur auf den Osten erstmal fokussieren. Angriff plus 30. Äh, Angriff verdoppelt für 30 Sekunden, so. Au, au, au. Nicht gerade einfach, wie er die Schlacht von Chemie. Seht ihr schon, wie viel Schaden der macht? Lass meinen Leifweg der Ruhe! Du Mengs, Trump-Moral sinkt. Sehr gefährlich. Weil ich halt nicht helfe. Ja, für Zhou Yu soll nicht so weit vorangehen. Klar. Ich weiß, wie weit ich vorangehen kann. Du, na! So, Angriff da oben winkt eh nichts mehr. Ich habe schon Angriff aufs Maximum. So, jetzt ist die Frage. Um zu zu werde ich mich wahrscheinlich nicht kümmern. Oder soll ich da hingehen? Ich guck mal kurz bei Feinde. Ah, ne, ist die Amway. Hm. Dann werde ich die Amway wahrscheinlich doch gerade in die Pfanne hauen. Mache ich das gerade? Natürlich echt nicht gerade ohne jetzt. Ich bin ziemlich geschwächt. Jetzt mal ganz so ernst. Komm, die Pfeile nehme ich noch mit. Alter! Was ist das? Übler Scheiß! Was geht mir ab? Da ist, da ist ein Muss-Support. Beziehungsweise so ein Wein. Oh, holy shit! Da seht ihr das, was passiert, wenn man alleine voranprescht. So gefährlich in allen DWs. Bis sofort in den roten Energiebereich. Natürlich, wenn man nicht auf leicht spielt, ne? Nur. Wer ist dieser Nahrt, der mich hier rustfordert? Das wäre dann wohl ich. Hallo! Hallo, die Amway! Bereit für ein kleines Kämpfchen? Ja, das ist ja schön. Aha! Ein Speicherpunkt. Okay, ne, ich verzichte mal drauf. Ach, die Amway. Komm schon. Aber schön, dass man wieder einen Speicher sieht, ne? Oh, lauter habe ich keinen gefunden. Es waren nicht alle Kisten geöffnet, aber trotzdem. Dafür, dass man bei gelben Tour war und irgendwie vier Speicherpunkte oder so hat. Klar ist die Schlacht doch groß, aber diese Schlacht ist jetzt auch nicht gerade klein, oder? Ach, die Amway. Mann. Du nervst. Auch wenn ich dich in deines 2.1 gerne spiele, nehme ich jetzt keine Rücksicht auf dich. Ich darf doch nicht sterben! Aber es ist gerade passiert, mein Freund. Und ich... Der droppt auch nur Angriff, ne? Ja, Angriff nach oben, plus vier. Also Angriff kriegt man echt schneller hoch als die Verteidigung. Denn Verteidigung droppen wirklich nur so Strategen wie Yirksu oder so. Oder halt, dass die ganzen Tor waren. Und das ist dann immer nur plus eins oder plus zwei. Mein Tor war ein plus eins und war diese Strategen plus zwei. Also echt nicht so einfach, die Verteidigung hochzumachen. Der Angriff ist ja schon lange. Aufs Maximum. Ich glaube, seit dem Hulao-Tor, also seit dem letzten Part. Ja, das nenne ich schon lange. Naja, egal. Ich glaube, der hatte ja auch jetzt hier Yujin unter sich. Werde ich hier erstmal alles... ...inspizieren. Und auch unsere Lupe nehmen. Und... ...ah, Mitte Verbündeten jetzt hier aufschließen. Ganz ehrlich. Es ist ja eine Zeit. Mal hier diesen Ego-Trip zu beenden. Ganz ernst. Äh, hätte ich echt auch mit auf die Nase fallen können. Der rote Energiebereich war schon da. Ein paar Kommos von den Gegnern und ich wäre down gewesen. Ich konnte mich da noch rausretten, indem ich die Musou benutze. Aber sonst wäre ich echt ruckzuck tot gewesen. Ich konnte mich auch gar nicht mehr bewegen. Weil der Druck von den außenstehenden Offizieren... Nee, Offizieren sind es ja nicht. ...Truppen schon da war. Also je öfter man von einzelnen Typis angegriffen wird, desto schlechter kann man sich auch wieder daraus bewegen. Und das war halt der Fall. Konnte ich nur mit Musou entkommen und ansonsten wäre ich gestorben. Und durch den Musou konnte ich halt so einen... ...Mega-Major besiegen. Und der hat dann halt Leben gedroppt. Beziehungsweise den Musou-Pot. Der alles wieder auffüllt. Musou-Wein heißt der, glaube ich. Und ja, wie gesagt, das hat mir den Arsch gerettet. War echt gewagt. Aber so bleibt das Let's Play dann ja auch spannend. Wenn ich mal solche wagemütigen Manöver mache. Ich würde sagen, wir siegen Schengi auch. Dann helfe ich mal Garnin ein bisschen noch aus. Komm, ich mache jetzt noch so ein krasses Manöver. Aber bei Garnin bleibe ich da auch wirklich und helfe denen bisher an der Front. Erstmal die Bogenarsis besiegen hier. Ihr wisst ja, wie gefährlich die Bogenschützen in der alten DWs sind. Boah, wie viele hier vor allem platziert sind. Guck mal, witzig hier. Übel. Bist du, was sind noch welche von dir, Wei? Die seinen Herrn und Meister welchen wollen, oder was? Ich werde gegen dich kämpfen. Na, dann komm mal her, Schengi auch. Du bist da hinten und machst schon so eine Zwischensequenz, oder was? Für wen hast du das gemacht? Ich konnte dich da hinten nicht sehen. Ernsthaft? Als ob der mich auch sehen konnte von da hinten. Er hat meine Anwesenheit, meine Aura, mein Schi hat er gespürt. Oh, shit. Aber ich konnte aber mit meinen Musu. Und jetzt habe ich dich direkt, weil es bei D1,2,2 noch so war. Ah, da entstand keine Patz-Situation, wenn Musu Musu trifft. Ziemlich strange. Aber so war das damals noch. Haben wir ihn schon verbessert. Der Patz-Situation, finde ich. Oh, boah, hier ist aber wieder mega viel los, ey. Guckt euch das an. Nur das Ritter. Das Majore oder Leihwächter oder was das auch mal sind. Viel zu viel davon auf jeden Fall. Fällt mir nicht. Ja, er wird er lebenvoll. Alles wieder hergestellt. Ach, komm schon, ey. Ah, jetzt. Zack, zack, zack. Und die. Ich darf noch nicht sterben. Und tschüss. Ja, ein Schwert brauche ich nicht mitnehmen, wie gesagt. Ach, ich kacke jetzt drauf. Ich möchte jetzt Gunning helfen. So sieht es aus. Gehe ich wieder zurück hier? Muss ich leider einen kleinen Umweg nehmen über unsere verbündeten Schiffe. Wie sie es anhört. Verbündete Schiffe. Ähm, ja, ansonsten kann ich da nicht hin. Dann müsste ich direkt durchs gegnerische Terrain. Und das wäre echt unnötig. Deswegen mache ich es so, wie ich es jetzt mache. Ja, okay. Ähm, die verhalten sich ziemlich defensiv. Die Truppen von Saoza. Ähm. Zum Beispiel, der sich da hinten noch befindet, der rückt auch nicht vor. Die halten wirklich ihre Position. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht damit rechnen, dass Tai Chi Si plötzlich angegriffen wird. Das ist nicht so. Deswegen können wir hier ruhig einfach Gunning unterstützen, ohne Schiss zu haben, dass der Westen in Gefahr gerät. Und klar, es sind auch wirklich sehr viele Truppen, die auch den Altar ein bisschen gefährden. Aber dadurch, dass die Moral wirklich stark gesunken ist, dass wir, äh, Shaoyuan und Shaodun besiegt hatten. Sollten die halt nicht keine Gefahr mehr darstellen. Vor allem unsere Moral, die steigt ja wirklich kontinuierlich an. Dadurch, dass wir hier sehr viele von den gegnerischen Offizieren besiegen. Und bei den Gegnern ist ja nicht der Fall, weil es auf Null ist. Weil, man sagen muss, die Gesamtmoral ist jetzt gerade mal ungefähr gleich, ne? Die Moralanzeige befindet sich ja über der Karte. Und ist ziemlich ausgeglichen. Das finde ich schon heftig. Weil die, äh, Trumpf und Saoze so siegreich sind durch ihre Übermacht. Ist die Moral auch so übertrieben stark. Wo wir jetzt schon so viele Offiziere in der Fundinghauen haben. Wir haben Diabuay in der Fundinghauen. Jeng Niao, Shaodun, Shaoyuan. Und trotzdem ist die Moral noch so krass. Das finde ich schon echt bemerkenswert. Fürs Shaoyuan, ganz wie ich es erwartet hatte. Okay, er hat es geschafft. Der Nordostwind. Yeah! Er beginnt zu wehen. Was zur Hölle? Luxon. Beginnt die Attacke. Stürmt die gegnerische Festung. Huangai. In der Verwirrung bereitest du die, äh, das Feuer vor. Genau, das ist der Plan. Also der Wind ist schon mal da. Jetzt muss nur noch der Feuerangriff in der Tat umgesetzt werden. Und das sollten die schon hinkriegen. Ah, Pfeile habe ich schon maximal. Also man kann nur 99 Pfeile haben, aber diese 99 Pfeile zu verballern, ey, das ist schon, äh, ein großes Stück Arbeit. Echt, äh, also das würde wirklich sehr lange dauern. Man müsste jetzt ständig hier nur mit einem Bogen schießen. Damit, ja, damit ich irgendwie in Bedrängnis komme, keine Pfeile mehr zu haben, also nie. Ah, werden wir jetzt auf jeden Fall ausreichend haben für den Rest der Schlacht. So, dass ich jetzt hier unendlich Musou für 10 Sekunden habe, möchte ich natürlich hier ausnutzen. Es sind zwar jetzt nicht so viele Gegner, aber mein Gott. Ach, so, Huang, was machst du denn hier? Hm? Letzten Part haben wir noch an einer Seite gekämpft. So sieht's aus. Mit einer Combo besiegt. Loser. Two Loser, ohne Witz. Dingfang. Und Ganing. Schön. Ganing muss sich doch hier wohlfühlen auf den ganzen Schiffen. Er war auch mal ein Pirat. Dum, dum, dum. War ja auch mal ein Offizier von Liubiao, aber der hat sich tatsächlich mit, ähm, mit wem, mit wem nochmal, mit wem, mit wem, mit wem, mit wem. Aber da war noch so ein anderer Offizier, der sich auch Wu angeschlossen hat. Ich komme jetzt leider nicht auf den Arm. Ne, ich komme nicht drauf. Sorry. Auf jeden Fall, Ganing war auch mal bei Liubiao und hat sich dann, Wu angeschlossen. Vielleicht steht der Offizier hier, aber ich glaube nicht, das ist eher so ein unbedeutender Offizier. Hat Ganing auch nicht. Ja, ne, in Deines Detectives taucht er auf, das weiß ich. Ah, ich weiß echt nicht mehr, wie er hieß. Fällt mir gerade nicht ein, Freunde. Ne, fällt mir nicht ein. Wenn ich jetzt weiter drüber nachdenke, in, ne, ne, leider nicht. Schade. Na gut, gibt's hier noch irgendwo die Torwächter? Nö. Wir alle schauen, unsere Pflicht erfüllt. Helfen wir noch dem Verbindeten ein bisschen, dann können sie jetzt auch zuvor hinten ausleihen. Ne, da ist ja wirklich eine Patsche drin. Wird ja richtig umzingelt und in den Fang genommen. Das ist bei Deines Detectives ein Fangangriff. Und jetzt richtig in sich. Also die Technik. Oh nein, hier gibt's ja auch viele Speicherpunkte. Nur bei Mulao-Tor nicht, das kann's doch nicht sein. Ich wette, ich hab den nur nicht gefunden. So muss es doch sein. Ja, die Musik, die Musik, die Musik. Ich glaube, das ist tatsächlich die Musik. Ja doch, das ist die Musik von Wuh-Truppen. Aus Deines Royals 3, Chibi. Weil die Soundtracks in Deines Royals 2 gibt's ja auch immer wieder in Deines Royals 3. Doch nur auf einer Seite dann. Das ist die tatsächlich von Wuh-Truppen. Wo kommen die denn jetzt alle weg? Mal ganz im Ernst. Da oben ist kein Tor. Aber jetzt kommen trotzdem noch so viele Gegner hier. Das gibt's doch nicht. Das verstehe ich nicht ganz. Da liegen die alle. Ich glaube, das sind doch Bogen-Assisten. Ne, doch nicht. Ja, ich hab schon hier Halluzinationen. Wenn ich schon dran denken, krieg ich Angst, ne? Ich seh schon überall Bogenschützen. Ganz im Ernst. Ich gehöre doch in die Anstalt. Na, 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 na. Ja, los, Feuerangriff. Ich warte. Hören Sie mir ernst. Woran hapert's? Hurengeil. Ah, der hat aber gleich sein Ziel erreicht. Ja. Der hat eigentlich alles erfüllt. Let's go. Es passiert nix. Kein Feuerangriff. Naja. Komisch, komisch. Ohne Witz. Den Feuerangriff zu vermeiden, ist auf der Seite der Waytruppen übrigens sehr, sehr einfach, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Man muss nur nur Guy und Juju besiegen oder Juju, der geht der Feuerangriff schon nicht mehr, so leicht ist das hier. Richtig witzig. Juju hat eine Schlacht gegen Zauzer begonnen. Ja, toll. Ich hab die Boote aber lieber im Band gesehen. Liegt das vielleicht daran, wie er Juju spielt? Und weil er auch eine gewisse Rolle im Feuerangriff spielt, das nicht funktioniert. Hm, komisch. Finde ich ein bisschen schade. Ich hab' ich euch gern gezeigt, wie die Boote brennen. Oh, Shuang. Hä. Wo ist denn ein weißes Kopftuch? Und eine helle Bade. Ist ja ein richtiger Lappen hier. Trotzdem, macht er mir Schaden. Ja komm, ich kann ihn eh nicht besiegen. Jetzt tschüss. Heilt sich eh wieder vollständig. Ne, doch nicht. Wow. Er gibt sich Mühe. Das muss man ihm lassen. Aber ist auch nicht gereicht. König. So, Shuang ist besiegt. Da sind noch ein paar Tore. Na gut, ich denke, ich geh erstmal wieder auf, ähm, den Schiffen hier und räume ein bisschen auf. Ah, doch. Vorbereitung abgeschlossen. Die Feuer werden angesteckt. Die Feuer werden angesteckt? Hm. Komisch. Feuer frei. Burn, burn. Kill it with fire. Meine Flotte. Joju, der Hund. Alleinein. Forcierte Attacke. Lass Zauzau nicht entkommen. Genau, und jetzt, ähm, kam hier diese Zusatzmission, ähm, Zauzaus Flucht. Er ist ja wirklich historisch von diesen Booten geflogen. Und das macht er auch, seht ihr da? Er fliegt jetzt an Land. Und dann hat Guam Yu ihn wohl abgefangen beim letzten Stützpunkt und er hätte Zauzau töten können. Er hätte wenig Zauzau töten können, aber dafür, dass Zauza ihn so gut bewirtet hatte, wo er bei Zauza war, und ihm so viele Geschenke gemacht hatte, hat er dann wegen der Ehre gehen lassen. Und Zauza konnte fliehen. Und überleben. Obwohl, die Schlacht sowas von schlimm für ihn war. Also, so eine Misere, er war sowas erschüttert über den Ausgleich der Schlacht. Er, mit so einer Übermacht reingang und fast alles verloren. Ist wirklich heftig. Ist mir ein bisschen fasziniert, ist das, dass so Quang gar nicht nach vorne geht. Der tilt einfach und macht nichts. Normalerweise ist es ja wirklich so, dass diese Verbündeten immer nach vorne gehen in den alten EWs, aber so Quang der tilt. Der macht überhaupt nichts. Nur Befehle geben, das kann er gut. Der eben gesehen, ja, Huang Yu macht das und das. Joe Yu macht das und das. Juvian Yu macht das. Ja, hm, strange. Na, egal. Wir haben ein paar Unteroffiziere von Zauza, Zauzang. Und Zun Yu hatten wir schon. Ich glaube, der hat noch einen. Nee, diesen anderen Zun Yu. Müsste eigentlich. Schauen wir mal kurz an. Nee, nicht bei Verbündeten. Nee, Cheng Yu, okay. Wo ist eigentlich Zhugliang? Der ist geflohen, glaube ich, ne? Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht. Wenn er den Nordwestwind, Nordostwind, sorry, beschworen hat, dann flieht er. Ich möchte noch dieses Schiff erkunden, weil vielleicht befindet sich hier auf dem Schiff auch noch Cheng Yu. Ich möchte natürlich auch noch killen, weil es auch ebenfalls eine Strategie ist und somit sollte der ein Schild droppen. Das öhlt unsere Abwehr und das können wir wirklich hier brauchen. Ist immer eine gute Sache. Ach, ihr Scheißkerle. Oh, wieso sind das immer so viele? Stirb. Da ist er doch! Stehen geblieben! Hier spricht die Polizei! Hier spricht Zhou Yu! So, mein Freund. Muss aber nicht sehr viel leben. Boah, wie die Moral gesungen ist, das ist unfassbar. Das ist das Moral. Der hatte irgendwie noch drei oder vier Sterne und jetzt null. Feuerangriff, sei Dank. Das ist echt geil. Die blutroten Flammen. Hier auf der See, das sieht so geil aus. Und der Himmel. Wolken. Die Engelbacken plätzieren. Oh, ich suche so. Ja, das ist deine letzte Chance. Weg mit dir. Jetzt haben sie es auch in der Zwischensequenz angepasst. Das finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht. Wenn das Feuer ausgeboren ist, haben sie Zwischensequenzen auch ans Feuer schon angepasst. Das finde ich echt gut. Da kann man nicht meckern. Haben sie nicht geschlafen? Da haben sie wirklich dran gedacht. Oh, 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 oh. Wo sind die Bastarde? Wo sind die Bogenbastarde? Zhang Yei haben wir hier auch natürlich noch nicht spielbar. Nach dem Schlag von Guandu hat er sich Zauzaus-Truppen angeschlossen und kämpft jetzt hier auch gegen uns. War ja ein Offizier von Yuen Chao. Auch im letzten Part hat er ja noch für Yuen Chao gekämpft beim Hulao-Tor. Der gute Zhang Yei. Aber schön ist, hier ist er noch nicht so gay. Und so bekloppt. Wie in der heutigen DBS. Ganz im Ernst. Zhang Yei ist auch nicht die größte Witzfigur überhaupt. Von Dinos the Warriors aber jetzt. Hier ist er noch cool. Ich mag ihn. Dinos die 3 und 4 geht er auch noch. Aber in 5 wurde das schon ein bisschen komisch. 6 ging er schon gar nicht mehr. Und ja. Vor der heutigen DBS müssen wir gar nicht mehr reden. Hier ist aber echt viel los. Wir sind forever alone. Ich weiß nicht, wo die Verbündeten rumdumpeln. Die sind noch auf den Schiffe, glaube ich. Dem macht das Feuer nichts aus. Die Wutruppen, die sind ja für ihre Feuerangriffe bekannt. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich schon an der Hitze gewöhnt. Schon irgendwie eine Speckschicht hitzebeständig. Und zu Quan. Chillt da unten immer noch. Er steht zwar im Morales Himmel hoch von ihm. Aber er chillt immer noch da unten. Bewegt seinen Arsch nicht weiter. Und setzt er mal jetzt langsam im Wege. Nö. Hat er nicht nötig. Was ein schlechter Feldherr. Das macht immer einen guten Eindruck. Wenn die Feldherren mit ihren Untergebenen an der Front kämpfen. Das hat César auch diesen guten Ruf damals beim Volk eingebracht. Du hast Glück, dass ich einen schlechten Tag erwischt habe. Oder so. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Also Gaius Rüeus César. Ich habe auch mal mit den römischen Soldaten an der Front gekämpft. Und die römischen Soldaten haben das halt abgefeiert. Dass ihr Boss nicht einfach nur Befehle gegeben hat. Und dass er auch wirklich damit gekämpft hat. Ist auch wirklich, glaube ich, sehr ermutigend. Und das Gegenteil macht halt jetzt so ein Quark. Was sehr richtig ist, ist die Tore doch zu sichern. Denn die geben immer einen Abwehrboost. Wie schon öfters mal erwähnt in diesem Let's Play. Und der ist eigentlich unverzichtbar. Boah, fuck. Bogen, Assis. Oh, no. Oh, no. Hä? Was ist das? Verstärkung für die Way-Truppen. Dammit. Vater, überlass es mir. Du musst entkommen. Es gibt keine andere Wahl. Pass auf dich auf, mein Sohn. Zauzaus Einheit zieht sich zurück. Hör zu. Zauzaus darf nicht entkommen. Ja, jetzt geht halt diese Schose los mit Zauzaus' Flucht, ne. Jetzt möchte ich aber mal kurz gucken. Es ist mir noch nie passiert, dass er geflohen ist. Ich stehe jetzt tatsächlich in der Niederlagebedingung. Nee. Hm. Komisch. Naja. Ah, Zauzaus sich sowieso im Kampf befindet mit einem Offizier von V, glaube ich. Nee, doch nicht. Ah, mit irgendwelchen normalen Trumpen, glaube ich. Und dann flieht er jetzt auch nicht direkt. Ist hier oben noch ein Tor? Nee, das hat schon wer anders, glaube ich, gesichert. Aber war nochmal ein 2-Tor, oder? Habe ich so viele Halluzinationen? Na, egal. Wir sehen auf jeden Fall noch ZauPier. Ich weiß nicht, ob der auch noch irgendwelche Unteroffizier hat. Ja, tatsächlich. Jirksu. Jirksu sollte mal auch noch besiegen. Denn der wird auch nochmal Verteidigung dropen. Und die sollte man, wie gesagt, auf jeden Fall mitnehmen. Und man nie so viele Schilde findet. Der Trump von ZauPier. ZauPier's Moral sinkt jetzt schon. Weil die Waitrum einfach nicht mehr existieren. Sie sind einfach nicht mehr Existenz. So viele, die jetzt hier schon besiegt haben. Diese große Armada. Das ist unfassbar. Der Plan war ein Vollerfolg. Und das war halt der Grund dafür, dass diese Schlacht so legendär geworden ist. in die Geschichte einging und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch eine Verfilmung von The Red Cliff nennt sich das. Einfach, weil die Schlacht eine legendärste und genialste Schlacht überhaupt ist. Vom Gameplay her muss ich sagen, bin ich noch nie so der GB-Fan gewesen. Natürlich die Idee. Und, ja, was heißt die Idee? Das basiert hier wirklich auf die Geschichte. Ähm, was ich damit ausdrücken möchte ist, dass diese Schlacht auf jeden Fall unverzichtbar ist. Sie ist einfach legendär. Der Plan hatte niemals mitgerechnet, dass es wirklich ein voller Erfolg wird. Und dass ZauPier überhaupt noch geschlagen werden könnte. Er hat auch wirklich keiner mitgerechnet. Er selbst ja auch nicht. Er hat sich erst so ein Siegssicher und nach dem Schlacht war sowas so ein Depri. Weil er eigentlich mit einem Sieg gerechnet hat. Und, ja, mussten erst mal ihn wieder die ganzen Wade rumtrösten. Was er auch eher mal verlieren kann. Weil er hatte ja bislang nur Erfolge. Wirklich. Ja, habt auch so bei dem Warnschloss vielleicht, dass er die Wade verloren hat. Seinen besten Leib. Vielleicht kann man sagen, oh yeah, Leben nach oben plus 10. Das hat sich gelohnt. Das ist wirklich geil. Doch jetzt zu ZauZau. Wo ist der denn? Ich teste da hinten. Ey, nicht fliehen hier. ZauZau. Bleib stehen. Er flieht. Ja. Was passiert dann? Ich hoffe nicht die Niederlage. Okay. Ist geflohen. Zurück. Zurück hatte ich noch nie. Jetzt bin ich hier gespannt. Er ist entkommen. Zählt trotzdem, aber sie. Das wäre jetzt auch unfair gewesen. Ganz im Ernst. Ja gut. Da der Boss eh nie was droppt, ist mir das egal, ob er dem siegt hat oder nicht. Und da das eine extra Zwischensequenz gibt, finde ich das gut, dass er geflohen ist. Habe ich selbst noch nicht gesehen. Coole Sache. Ziemlich anspruchsvoll, die Schlacht. 244 Kills. Zu Run, zweiter Platz, dritter Platz, zu Run. Zu Run, der meist des Feuerangriffs. Weil, in dieser Schlacht war ja, Rungei, der meist des Feuerangriffs. Muss man ja einfach mal so sagen. Im Nächstbad gibt es wieder eine neue Schlacht. Nee, die Schlacht voll. Hier fail. Zwischen Way und Wu. Da wird es genau andersrum verlaufen. Way, beziehungsweise Zauzeus in der Unterzahl. Und Wu ist sowas von nur überzahlt. Aber trotzdem haben wir historisch gesehen die Way drum gewonnen. Hier wird es natürlich wieder anders verlaufen. Weil wir ja hier den entscheidenden Einfluss auf die Schlacht nehmen können. Gut, Freunde. Würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls es nicht, können wir das Video gar favorisieren. Ansonsten sehen wir uns nochmal nächstes Mal bei der Schlacht von Yifei. Ich finde, die ist auch ganz gut gelungen hier. Und eins kann ich euch versichern. Zheng Liao wird hier ein richtiger Challenge. Er wird genauso stark wie Lu Bu. Das kennt man aber. Ganning und Zheng Liao. Die sind bei Schlacht von Yifei. Einfach mal Godlike. Die sind immer super Style-Ginbos. Und auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen den Skill auspacken. Um den auf jeden Fall zu besiegen. Und den müssen wir besiegen. Weil er erscheint direkt bei Zung Quan. Weil nichts gegen ihn unternehmen. Ist unser Boss Zung Quan direkt tot. Und dann ist er immer so verloren. Man muss ihn tatsächlich besiegen hier. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.